Herzlich willkommen in unserem Ferienhotel Rennsteigblick. Um Ihre Urlaubszeit zu verlängern und den Check-in zu verkürzen, möchten wir Ihnen mit diesem kurzen Video einige Informationen zu Ihrem Hotelaufenthalt übermitteln. Am Anreisetag steht Ihnen Ihr Zimmer ab 15 Uhr zur Verfügung. Eine Anreise nach 20 Uhr muss mit uns abgesprochen werden, damit wir Ihnen die Anreiseinformationen und den Zimmerschlüssel hinterlegen können. Falls Ihr Hotelaufenthalt und die Nebenkosten wie Parkplatz und Chortaxe noch nicht im Vorfeld abgerechnet sind, bitten wir Sie beim Check-in um die Bezahlung. Als Zahlungsmittel akzeptieren wir Bargeld, EC-Karte sowie die Kreditkarten, Mastercard, Visacard und American Express. Gutscheine und Reisevoucher sind bitte ebenfalls am Anreisetag im Original zu übergeben. Sie erhalten bei Anreise einen Gästepass und für den Co-Ort eine Gästekarte. Im Gästepass, der Ihnen mit dem Zimmerschlüssel übergeben wird, entnehmen Sie bitte die Informationen zu den Essenszeiten in unserem Panorama-Restaurant. Bitte tragen Sie Ihre Wunschzeit in die an der Hotellobby ausliegenden Listen ein. Darüber hinaus finden Sie im Gästepass eine grüne Reinigungskarte. Wenn Sie während Ihres Aufenthaltes eine Zimmerreinigung wünschen, werfen Sie uns bitte diese Karte bis morgens 9 Uhr in die Box an der Rezeption ein. Unsere Zimmerfrauen reinigen dann im Laufe des Tages Ihr Zimmer und legen Ihnen die Karte wieder zurück. Die Rückgabe des Zimmerschlüssels am Abreisetag erfolgt bitte bis 10 Uhr. Mit Ihrer Gästekarte können Sie kostenlos Bus und Bahn im Landkreis Gotha nutzen und erhalten Ermäßigungen bei zahlreichen Ausflugszielen in der Region. Den Busbahnhof erreichen Sie zu Fuß in 12 bis 15 Minuten. Weitere Informationen zu den Ausflugszielen, Wandervorschläge und Busfahrpläne liegen in der Hotellobby bereit. Ruhe und Entspannung können Sie in unserem Wellnessbereich finden. In diesem befindet sich die Sauna, welche Sie täglich kostenfrei in der Zeit von 14 bis 21 Uhr nutzen können. Des Weiteren bieten wir Ihnen eine Auswahl an Entspannungsmassagen, Erholungsbädern und kosmetischen Anwendungen an. Auf der Homepage www.drafto-hotels.de, Ferienhotel Rennsteigblick, Rubrik Wellness finden Sie unsere Angebote. Wir empfehlen Ihnen die Buchung der Wellnessanwendungen im Vorfeld Ihrer Urlaubsreise. Bitte nutzen Sie dafür unser Anfrageformular. Zusätzliche Freizeitangebote wie ein Kino mit täglich wechselnden Filmen für Groß und Klein, Tischtennis, Billard und Kegelbahn, ein Kinderspielzimmer, die Kinderspielecke in unserem Panorama-Restaurant sowie unsere Bar Bistro mit einer Auswahl an kleinen Speisen, Drinks und Cocktails stehen Ihnen zur Nutzung bereit. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.